Das Weingut Penfolds gehört zu den ersten Adressen in Australien in Sachen Wein. Die Conunga Hill Weine sind eine der beliebtesten Penfolds Weine. Die Premium Shiraz Trauben für diesen Wein stammen direkt aus dem Herzen des berühmten Barossa Valleys. Exzellent strukturiert und mit schöner Länge ist er jetzt genau richtig zum Genießen und wird in den nächsten Jahren sogar noch an Komplexität gewinnen. Ein Gewinn auch für Ihren Weinkeller. Untertitelung des ZDF, 2020